Guten Tag, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, mein bester Freund, Herr Edwin Schuchel, der Vizepräsident von der Europäischen Union, Mein Freund, der besonders bei mir aus Protestan gekommen ist, Herr Reel Kamalbara, der vor uns mitgelegt ist, von allen Freunden und Vertretern der siedlischen Gemeinden und Vereinen aus Deutschland. Für mich heutzutage ist es wirklich eine sehr große Ehre. Ich sage immer, ich bin vor etwa mehr als 20 Jahre nach Deutschland angekommen. Ich habe mich versucht, schnell zu integrieren, insbesondere mit den Werten und Normen in Deutschland. Ich bin in Deutschland sehr, sehr dankbar und schuldig, dass ich mich schnell integriert habe. Das hat die Aufnahmengesellschaft dabei geholt und sonst hätte ich es geschafft. Ich bin in einem Dorf, in Sinchap, der Kaxen. Leider, es hatte schon vor zwei Jahren dramatische Erlebnisse gehabt. Und unsere ganze Bevölkerung ist von mir und Heimat verziehen wollen. Aus meinem Dorf sind so viele Leute auch in Händen. Ich bin in der Nähe von ISIS-Bildern und wurde nach Ziklamen in Siklamen auch genommen. Eigentlich in meiner Gemeinde ist es eine tolle Gesellschaft. Neu-Jesim ist eigentlich die einzige Gemeinde, wo Neu-Jesim ist. Als ich nach Mosul kam, von medizinischem Gehirn, angefangen mit Ziv zu studieren, im ersten Jahr war ich mit kompletter anderen Gesellschaften, von islamischer Gesellschaften, begegnet. Obwohl ich in einem Dorf gewachsen war. Meine erste Begegnung mit dem alakischen Regime war so, dass irgendjemand einen Artikel über Sigmund Freud geschrieben hat. Ich hatte im Kontext seines Artikels geschrieben, Sigmund Freud wollte eigentlich die islamischen Frauen zu christischer Religion konvertieren. Deswegen hatte er seine Theorie. Das hat mich so geärgert, dass ich sofort einfach recherchiert habe. Und der Grund nur, weil Ziklamen Freud ein Jüter war. Und dann hat er nur wegen seiner Theorie, der Psychoanalyse, nur einfach geschrieben hat, weil er ein Jüter war. Und ich habe sofort ein Artikel darüber geschrieben, und musste von der Universität zwei Wochen lang fliegen, weil die Islamisten mich töten wurden. Etwa drei Monate später musste ich von ganzem Irak verlassen, nachdem ich in Frankfurt meine Familie hatte, und ich habe bezahlt. Mein Vater, der damals 65 Jahre alt, oder zwei Jahre alt, mein Vater, der hat hier eine sehr große Brüder, der Vater, der zu viel gespürt ist. Und dann war ich in Kotsdam, und ich bin sehr froh, dass Sie hier sind, zum ersten Mal in Ihrem Lebens auch einen kulturellen Verein in Kotsdam gewinnen konnten. 1992. Ich war einer der Mitglieder von Lalisch, ein Zentrum. Und dann musste ich weiter wegen interneren Konflikten in Protestan dann nach Deutschland fliehen und in Deutschland hatte ich komplett neue Dimensionen von Humanität erfahren. Als ich gesehen habe, dass die Kirchen, dass die Pfarrer sich so intensiv in Afrika, in Asien, überall, wo die sogar auch Konservativen mit sich selbst engagiert haben, mit denen zu arbeiten, mit denen ich gar nicht mehr zu tun habe, gehört. Und dann habe ich endlich verstanden, dass die Humanität miteinander lebt und voreinander leben muss. Dann später, nach meiner Medizinstudio in Jena und der Absturz vom Irak-Stand-Regime wurde exploratet vom Präsidenten Talabani. Und eins sage ich Ihnen, Integration in einem kleinen Land ist schwer, aber Reintegration in der Augen in einem Ursprung ist das viel schwieriger, weil man deutlich Normen und Gärten gewonnen hat. Ich war deswegen von Präsidenten Talabani als Berater vor Minderheiten, nicht muslimischer Minderheiten eingesetzt. Und hatte mich intensiv vor allem Minderheiten, Jeziden, Christen, Jüdinnen, Sabine, Leider sind die Jüdinnen, die 2700 Jahre alter Kultur im Irak haben, so noch ein paar Leute da. Einer von denen ist Herr Schüttel, der leider vor 40 Jahren von seinem Heimat Tarkivik wurde, weil er nun im Irak war, vom Irak ständig. Obwohl eine Gesellschaft, die so eine wirthalte Geschichte vom Aufbau von Irak in die Sowjetunion hatte. Dann später wurde ich bei der Kotscha-Regierung als Berater für Umstände eingesetzt. 2007 wurden zwei jesilische Dorfer, Til-Azer und Sibashe, die wurden angegriffen und dabei hatte man tausend Leute, tausend Opfer, etwa 800 Verletzte, davon 60 Kinder. Ich bin schwer verletzt und 311 Toten. Ich habe hier sofort eine Mithilfe und Unterstützung von einem deutschen Freund, Michael Glasenseiter aus der lindischen Wohnung, konnte nicht kommen. Wir haben gemeinsam eine Spontan-Aktion gemacht. Ich habe einfach die verletzten Kinder in Dürerow besucht und habe sofort geschickt, die 90 von diesen Kindern gleich nach Deutschland zu bringen. Ich bin sehr froh, dass die jesidische Gesellschaft mitgebracht hat. Am Anfang gab es ein oder zwei Kinder, die gesagt haben, warum bringst du die Muslimen auf? Und du bekommst es ihre Kinder? Aber die Nähe hat die jesilische Gesellschaft und davon sind einige Gastfrauen, die er her bei Chicago nicht hat, dass die so viele muslimische Kinder bei sich zu haben, Und so viele andere jesilische Mitglieder der Gesellschaft haben gesagt, doch, wir machen das, wir bringen eine Vorratung. Mehrmals muslimische Kinder aus der Gesellschaft und Partnern oder aus einem Bar bei uns zu Hause vernachten lassen, die haben uns gepflegt, bis sie nach Hause zu kommen. Und unser Wort war, wir können nur die Humanität, den Terror bekämpfen mit unserer eigenen Humanität. Und das haben wir geschafft, ein ganz kleiner Verein, unaufmerksam in Osnabruch. Wir sind eigentlich vier zum Vorstandsmitglied, Herrn Ben-Wald-Hannes, Stefan Beumann und Prof. Diebusch. Aber wir haben schon das alleine geschafft, das Land, Baden-Württemberg, auch uns aufmerksam war. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir so klein und fein angekommen haben, bis wir ein Riesen. Aber eins muss ich Ihnen sagen, ich bin vielleicht wohl ganz in Deutschland einmal schüttlich, weil ich mich hier empfiehlt habe, warum ich noch Frau Nachahne-Württemberg nicht, nur wegen dieser Erklärung, aber wegen der Unterstützung zweitmal schüttlich, ein Stückler, weil ich jetzt mal wahrscheinlich letztes Jahr 20 Mal im Moment hierher geblieben. Und ohne Unterstützung von Michael Blumann und das ganze Team hätte ich mich geschafft. Das ist heute mein Vortrag der Vortrag. Ich verdiene die nicht alleine, ich bin nur, ich war nur ein kleiner Teil von diesem Projekt. Das Projekt 99% war ein Land, Baden-Württemberg und Teammitglieder und Chef des Teams, weil sie, ohne sie hätte ich nichts gemacht. Ich war ein kleiner Herr an, das ist jetzt einfach verdruckt, mal da oder da eine kleine Hilfe zu leisten, aber nichts mehr. Deswegen bin ich Ihnen sehr, sehr schön, dass Sie mich bis jetzt unterstützt haben und dass wir zu diesem Punkt gekommen sind. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir im Bereich der humanitären Hilfe vor allen Opfern noch weiter machen. Ich bin auch persönlich bereit und das ist eine große Motivation, ein großer Motto, um mich weiterzumachen. Eine kleine Geschichte von drei Kindern, die ich 2008 nach Deutschland gebracht habe und damit mache ich Schluss. Ich habe einmal ein Kind aus Basla, der sein Bein wegen Terrorattacken von Extremisten, die gegen Polizien angegriffen, gemacht haben. Und er hatte einen Bein verloren. Und hatte ich einen Kind aus Kerkug, aus sunnitischer Familie, der seine Bein in Augen und Hand verloren hat, weil die Terroristen, sein Vater war Polizist, Terroristen kamen. Und am Tag des Kindes, also der muslimischen Vater, hat ihm eine Tüte ausgehändigt und hat gesagt, er hat ihm das Geschenkert in seiner Familie und dieser Geschenkert war schon eine Bombe, es ist explodiert, hat er bald auch mit verloren, Handverkaufung und kompletter Körper verflammt. Und ein niedriges, kultisches Mädchen, drei Jahre alt, aus der Umgebung von Erwin. Und wir alle vier waren auf einer Maschine von Suleymanin nach München. Die alle drei, also der Erwarer konnte nur arabisch sprechen, der Mosulik konnte nur türkmenisch sprechen und das kleine Mädchen konnte nicht sprechen. Die haben die einander nicht verstanden, aber die waren so super, mit einem der ganzen Flug, alle drei kamen und ich war alleine, der Verruchte, den sie begleitet. Wir kamen nach München und dann in der Zug nach Hannover. Ich hatte eine Familie, ein Teil, das kleine Mädchen, hatte meiner Frau gesagt, sie sollte auch sie aufpassen. Und die beiden Jungs kamen zu einer Familie, der Bruder von Baberschef, der Vater Baberschef, eingegangen. Am Abend rief mich Herr Baberschef und sagte, es gab einen Streit hier jetzt am Abendessen. Also vorher war es okay, aber als ich mit der Familie gesprochen habe, der Senid hatte irgendwas von seiner Familie gehört, der Schied hatte irgendwas gehört. Und dann, weil die Frage von dem schienischen Junge, der drei Jahre alt war, auf dem Hadi, magst du ihn an Promeini? Und dann, der andere Junge hatte nichts verstanden, der wusste nur, dass er Promeini in der Hand hat. Aber der andere hat einen Lied, lächerlichen Lied, über Promeini gemacht, weil es von damals, von Saddam Regime, waren schon Witzel und viele, viele Witzel waren in der Promeini. Und der andere Junge hatte die Sprache gar nicht mal verstanden, aber er hatte nur einfach den Akzent verstanden, hat sofort den Jungen eingegriffelt. Und da gab es chiites-solidischen Streit in seinem Haus. Und dann habe ich sofort die Familie nachgerufen und habe natürlich mit denen geschickt, habe gesagt, was ist los, was ist denn, wir finden ja nur ein, dass neun ein, andere als sechs in der Streitung über Promeini ist, weil sie nicht vorgekommen ist. Aber, das war ein Punkt, dass wir auch ganz hart auf der Realisation gearbeitet haben. Und ich habe denen gesagt, seitdem haben wir das. Die meisten Krankenhäuser, die Kinder von Luftblöcke aufleben, sind Kirschentrankenhäuser, von Caritas, Franziskushospital, Marienhospital. Und da habe ich zu denen gesagt, das sind die Christen, die eure Kinder behandeln. Und das sind die Jesiden, die eurer Familien und Kinder bei sich aufgefahren. Und es sind unterschiedliche Muslime, die wir in der Europäischen Union streiten, die wir deswegen sind. Und ich bin froh, dass wir die beiden Familien, die eine in Basra, die eine in Kerkow, die nicht mehr so radikal sind wie früher, weil wir ja die Jesiden haben. Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger gesprochen habe. Aber es war wirklich sehr, sehr groß für die Ere vorgelegt. Und hat mich sehr, sehr gefreut. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Ere. Das fehlt mir einfach nicht vor Ort. Herzlichen Dank.